Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Give-Over hier auf meinem Kanal. Es gibt 5 Waffen für euch. Ihr habt richtig gehört. 5. Warte kurz. Aha, ich will es aufheben. Ich will es aufheben. Ich wollte es vielleicht aufheben. Du Barstut. Ja, ihr habt richtig gehört. Heute gibt es 5 Skins für euch. Und zwar 5 Pistol Skins. Oh fuck, der hat ne... irgendwas. Nein! Weißt du, ich spiele mit Random Waffen, damit es schon schwierig ist. Und die kleinen Gauner holen sich ihre Lieblingsdinger. Ja, ja. So habe ich es gerne. Ich sage euch die Skins jetzt einfach mal an. Und nach dem Spiel könnt ihr sie auch noch sehen. Ich dachte nur, wenn ich jetzt ständig immer nur die Skins zeige in den Giveaways, dann wird es echt langweilig. Ich habe letztes Mal schon... FI- Ich habe letztes Mal schon eine Runde gespielt, anstatt einfach nur die Skins zu zeigen. Und das fand ich ja ziemlich gut. Deswegen... Oh, ein Opfer. Oh, zwei Opfer. Oh, nein! Also, es gibt eine USPS Cyrax. Wow, ihr habt richtig gehört. Eine Cyrax. Ihr habt es euch gewünscht. Dann gibt es eine P250 Franklin. Eine 5.7 Triumvirat. Eine P2000 Handgun. Ich weiß, ja, ja. Die Handgun hat es einigen angetan. Ich habe übrigens die Hyperbeast. Vielen Dank nochmal. Das ist echt eh. Die habe ich gerade vor kurzem geschenkt bekommen. Biatch, was? Hat er gerade seine Mutter gerufen, oder was? Und zu guter Letzt gibt es noch einen R8 Revolver, und zwar den Reboot Revolver. Ich weiß, es gibt unter euch ein paar, die sehr gerne den Revolver spielen. Auch wenn ich es nicht glauben kann. Und ja, diese 5 Skins gibt es in diesem Giveaway zu gewinnen. Dieses Giveaway leitet nun auch... Oh, ich kriege doppelte Zahlung. What the fuck, weil ich so schlecht bin, oder was? Wow, Butter, der Geer. Das Giveaway leitet die Giveaway-Welle ein, die jetzt noch in den Semesterferien kommen wird. Es gibt auch noch einen Knife, oder vielleicht sogar zwei. Und noch viele andere tolle Skins. Was auf jeden Fall noch wichtig für euch zu erfahren ist, ist, dass es jetzt ab diesem Giveaway einen Bot gibt, der mich noch weiter unterstützt. Und mir hilft bei der Frage, ob es sich um Skingeier handelt. Oder jemanden, der den Kanal, beziehungsweise uns als Community wirklich unterstützt, und so weiter und so fort. Juhu, danke. Das ist ein zusätzlicher Mechanismus, den ich eingebaut habe. Wallen hat den vor kurzem getestet, bei sich auf dem Kanal. Wir haben da vor ein paar Wochen drüber gesprochen, und er meinte, er probiert es einfach mal. Er hat mir jetzt seinen Testbericht gegeben, und es schaut sehr, sehr... Fuck! Gut aus. Fuck war nicht darauf bezogen. How do you? You're gonna die. Und darum werde ich es jetzt auch mal testen, hier in dem Giveaway. Ihr seht hier unten einen Link. Auf den Link müsst ihr... Was? ...klicken. Und dann kommt er schon zum Giveaway. Also das Giveaway läuft über diesen Link. Dennoch sind alle anderen Mechanismen, die ich sonst nutze, die uns vor Skingeiern und so weiter schützen, aktiv. Ja, so ist es nicht. Dafür wird nach wie vor gesorgt. Dieser Bot unterstützt nur noch mehr, das gesamte Vorhaben. Für mich werden die Giveaways dadurch nochmal ein bisschen einfacher. Wie gesagt, der Link steht hier unten. Ich hab's auch einmal auf Twitter rausgehauen. Und wenn ihr da draufklickt, seht ihr schon, wie der Hase läuft. So, hier werden jetzt auch nochmal die Skins gezeigt. Es geht hier, wie gesagt, um die USPS Cyrax in Factory New. Dann um die P250 Franklin in FT. Für jeden, der ein bisschen Wert auf Geld legt, natürlich der Skin. Schlechthin. Die Triumvirat ist auch in FT und hat einen Sticker drauf. Kaiman oder Karigan oder sowas. Sehr schön. Die Handgun ist Battlescared. Sieht mir aber nicht an. Schönes Ding. Und zu guter Letzt in viel Test der R8 Revolver Reboot. Macht mit, erfreut euch an den Skins. An der Stelle erwähne ich auch nochmal, dass ihr mich nicht abonnieren müsst, um zu gewinnen. Ihr könnt auch ohne YouTube-Abonnement gewinnen. Hier, bei der Sache. Weil ich halt gerne Leute hätte, die mich schauen aufgrund meiner Videos oder aufgrund meiner geilen Persönlichkeit. Und nicht wegen dem Giveaway oder so. Heute ist der 29. Ihr habt jetzt somit bis zum 6. Zeit, um hier mitzumachen. Nach dem 6. werde ich dann die Gewinner bekannt geben. Einfach wie immer in irgendeinem Video. Es wird wahrscheinlich ein CSGO-Video sein, da ich auch gerade nur CSGO-Content bringe. Wie gesagt, es werden jetzt einige Giveaways folgen. Haltet also die Augen offen. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peng.